Schultrecht 1, Vertragsschuldverhältnisse Ich habe mir extra für Sie heute eine neue Frisur geben lassen. Sie sehen, ich gebe hier alles. Wir werden heute noch einmal mit dem wichtigsten Thema dieser Vorlesung anfangen, nämlich mit 280 BGB. Ich habe Ihnen ganz am Anfang gesagt, alle Sachen, die wichtig sind, kommen mindestens dreimal und das ist hier auch der Fall. Das hier kommt jetzt zum zweiten Mal und wenn es zum dritten Mal kommt, dann müssen Sie es können. Bevor wir aber zu dem Thema 280 BGB kommen, haben wir noch einen Restbestand von Dienstag, nämlich zu dem Thema die Dritten. Die Dritten, Sie erinnern sich düster, das sind die, die weder Gläubiger noch Schuldner sind. Ja, bevor wir aber zu den Dritten kommen, sind wir noch bei den Ersten und Zweiten, nämlich beim Schuldner. Und jetzt schauen wir auf unsere Gliederung. Heute neues Kapitel, Dienstag noch die Dritten. Gucken wir mal, ob das heute funktioniert. Kommt da was? Nichts, alles kaputt hier. Was? Eben habe ich getestet, da lief das in meinem Büro. Macht uns aber nicht viel aus, selbst wenn es nicht klappt. Gucken wir mal, was wir hier für Fragen haben. Bei der Gesamtschuld kann jeder Schuldner vom Gläubiger auf die volle Leistung in Anspruch genommen werden. Wo steht das oder etwas anderes? Das oder das Gegenteil? Was regelt 428? Was regelt 428? Ja, da geht es um Gesamtgläubiger. Sondern, wo gucken Sie? Für Gesamtschuldner? Ja. 421. Und stimmt diese Aussage nach 421, dass der Gläubiger von jedem der Gesamtschuldner die volle Leistung verlangen kann? Ja. Er kann die Leistung verlangen, aber nur einmal. Ja. In der Tat, er kann sie nach seinem Belieben von jedem verlangen, aber insgesamt nur einmal. Das heißt, er kann sagen, er will sie von A, B oder C. Er kann aber nicht sagen, jeder soll mir mal die Leistung bringen. Gucken wir uns die zweite Aussage an. Trifft die denn zu? Vor diesem Hintergrund. Der Gläubiger darf die Leistung nur von einem Schuldner verlangen. Also, er darfst du noch nie in der Früge? Oder weil sie von einem Schuldner hat? Ja. Er muss sozusagen nicht einen raussuchen, dass sich so, dass auch nur einer raussucht werden könnte. Er kann auch von mehreren einen Teil verlangen. Also, wenn Sie vier Schuldner haben, können Sie beispielsweise sagen, jeder zahlt mir ein Viertel. Sie können auch sagen, einer zahlt mir alles. Sie können auch sagen, zwei zahlen mir jeweils die Hälfte. Oder einer zahlt 90 Prozent und die anderen 10 Prozent werden auf die anderen verteilt. Sie haben da völlige Freiheit, von wem Sie wie viel verlangen. Es gibt nur zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, in der Summe dürfen Sie nicht mehr als 100 Prozent verlangen. Und die zweite Voraussetzung ist, Sie müssen sich an irgendeinen der Schuldner halten. Ein oder mehrere. Ja? Also, wenn Sie drei Schuldner haben, können Sie von allen drei was verlangen oder nur von einem. Wenn Sie von irgendjemand anders verlangen, geht es nicht. Also, die erste Aussage trifft zu. Die zweite Aussage trifft nicht zu. Weil der Gläubiger darf durchaus Leistung von mehreren verlangen. Nämlich teilweise. Er muss sich nicht nur an einen halten. Er kann von jedem ein wenig verlangen. Dritte Aussage. Bei der Gesamtschuld müssen alle Schuldner bei der Leistungserbringung zusammenwirken. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja? Das stimmt nicht. Sie können wirklich zusammenhören verbringen. Aber nach dem Verschluss, ich finde, das ist ein Verhältnis. Obwohl der Gesamtschuldner ein altererisch ist. Ja. In der Tat, gegenüber dem Gläubiger sind die Schuldner nicht zur gemeinsamen Leistungserbringung verpflichtet. Nur im Innenverhältnis kann jeder Schuldner von den anderen Schuldnern Ausgleich verlangen. Das heißt, Sie können Ihre Mitschuldner verklagen und sagen, helft mir, diese Schulden zu bezahlen. Wie heißt denn die Leistung, wo alle, wie heißt denn die Art der Schuld, wo alle Schuldner zusammenwirken müssen, damit die Leistung wirksam erbracht werden kann? Wir haben gelernt, es gibt diese Konstellation. Ja? Ja, das ist die gemeinschaftliche Schuld. Bei der gemeinschaftlichen Schuld müssen alle Schuldner zusammenwirken. Und die gemeinschaftliche Schuld ist im BGB nicht geregelt. Was ist im BGB geregelt als Spiegelbild zur gemeinschaftlichen Schuld? Ja, wie heißt das denn? Die gemeinschaftliche Gläubiger irgendwas. Die Mitgläubigerschaft. Also die Mitgläubigerschaft ist geregelt und zwar, wo ist die geregelt? Die Mitgläubigerschaft, wo sehen Sie die? Die Mitgläubigerschaft. Ja, 432 Absatz 1 Satz 1, eine unteilbare Leistung kann nur an alle Gläubiger gemeinschaftlich erbracht werden. Kennen Sie auch ein Beispiel für eine gemeinschaftliche Schuld? Ja? So ist es. Das typische Beispiel ist die Band. Sie wollen nicht nur, dass einer spielt, sondern Sie sollen alle zusammenspielen. Wenn nur der Schlagzeuger kommt, kann der Ihnen auf Ihrer Geburtstagsparty kein Konzert geben. Das heißt, es müssen alle kommen, damit die zusammen Musik machen können. Das ist eine gemeinschaftliche Schuld. Keine Gesamtschuld. Letzter Punkt. Bei der Gesamtschuld haften alle Schuldner gleichstufig. Stimmt's oder stimmt's nicht? Was meinen Sie? Ja, hilft uns dieser Satz da weiter? Das heißt, bis zur bewirkung der Leistung müssen die weiter verpflichtet sein. Das bezieht sich aber auf die Erfüllung. Das heißt, es geht nur darum, solange noch Geld aus ist, kann ich weiter fordern. Was meint dieses mit dem gleichstufig? Also nicht gleichstufig ist, wenn es der Bürger, der in der Lage ist, wenn es der eigentliche Schuldner nicht bleibt. Bei der Gesamtschuld sind es alle, wenn es die Schuldner nicht gibt, oder jeder der Schuldner hat, von dem sie gleiche Schuldner nicht bleibt. Ja, also es gibt ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal in 421, das sagt, es darf nicht so sein, dass einer nur im Hintergrund als Ersatz haftet, als Ausfall. Und das haben wir zum Beispiel bei der Bürgschaft, da ist der Gedanke, der Bürger soll erst dann zahlen, wenn der eigentliche Schuldner nicht zahlen kann. Wir haben es auch bei Versicherungen. Die Versicherung, wenn Sie jetzt nicht versichert haben, gegen Diebstahl, eine sogenannte Hausratsversicherung, dann zahlt die Versicherung Ihnen nur dann, wenn der Dieb nicht gefunden werden kann. Wenn der Dieb gefunden wird, zahlt der Dieb Ihnen das Geld und nicht Ihre Hausratsversicherung. Das System ist also, die Versicherung ist nachrangig gegenüber dem Dieb. Deshalb keine Gesamtschuld zwischen Dieb und Versicherung, obwohl beide Ihnen auf Ersatz haften. Zusammengefasst können wir sagen, die erste Aussage ist richtig, die beiden in der Mitte sind falsch und die letzte Aussage ist wieder richtig. Dann haben wir uns beschäftigt mit dem Thema Einzel- und Gesamtwirkung. 422 bis 425. Gucken wir mal, ein Erlassvertrag kann auf einen Gesamtschuldner beschränkt werden. Welcher Paragraf ist hier der einschlägige? Für die Beschränkung eines Erlassvertrages im Sinne von 397 BGB. Ja? Ja? Paragraf 423, also der Gläubiger kann mit dem Einzel- und Gesamtschuldner schon einen Erlassvertrag beschließen. Ja. Allerdings wird der gleiche Betrag nichtsdestotrotz geschuldet und die anderen Schuldner haben dann gemessen Paragraf 426 ihrerseits wieder ausgelöst an Spiegel gegen den anderen Schuldner. Ja. Also, wenn Sie mal 423 sich ansehen, dann sagt die Norm, wir können zwei Arten von Erlassvertrag unterscheiden. Entweder der Gläubiger sagt, ich möchte von niemandem das Geld mehr haben. Ich bin zufrieden, ich möchte kein Geld von keinem von euch Schuldnern. Dann erlicht die Pflicht aller Gesamtschuldner und alle sind raus. Er kann aber auch hingehen und sagen, ich habe zwar 4 Schuldner, aber du bist mir der Liebste, von dir will ich kein Geld. Dir erlasse ich die Schuld. Die anderen Dreien sollen noch haften. Das kann er sagen. Dann haften nur noch drei. Dann kann dem Zweiten auch noch sagen, dich möchte ich nicht, dem Dritten auch noch, dann hast du nur noch einer. Das kann er also machen, er kann sagen, du sollst raus. Ja. Ja, in der Tat, das ist das Problem. Der Gläubiger kann selber auf sein Geld verzichten. Er kann aber nicht verhindern, dass derjenige, der ihm das Geld zahlt, sich jetzt im Innenverhältnis wiederholt, weil er kann nicht zu Lasten Dritter verzichten. Er kann sozusagen nicht denjenigen, der dann zahlen muss, benachteiligen und sagen, du bist jetzt der Einzige und kriegst sein Geld nicht mehr wieder. Das darf er nicht. Das heißt, im Innenverhältnis können Sie das Geld immer wiederholen. Was anderes gilt nur, wenn der Gläubiger ohnehin nur den Teilbetrag verlangt. Also wenn der hingeht und von den vier Gläubigern drei entlässt und vom vierten nur ein Viertel verlangt, hat derjenige, der zahlt natürlich keinen Rückgriffsanspruch. Denn er hat nur das Viertel gezahlt, was er ohnehin tragen müsste. Wenn er die Hälfte verlangt, haften die anderen drei auf ein Viertel geteilt durch drei. Das heißt, ein Viertel geteilt durch drei ist jeweils ein Zwölftel. Jeder haftet auf ein Zwölftel. Hat das keiner verstanden? Ein Viertel geteilt durch drei ist ein Zwölftel. Ja? Mathe-Leistungskurs. So. Also, im Hinblick auf unsere Frage 1. Der Gläubiger kann mit jedem einzelnen Schuldner sagen, du musst mir nicht mehr zahlen. Dann erlicht der Anspruch des Gläubigers gegen diesen Schuldner. Das hat keine Auswirkungen auf 426. Die Schuldner untereinander können immer noch Ausgleich verlangen. Was anderes gilt nur, wenn der Gläubiger auch weniger verlangt von den Schuldnern, dann wird der sozusagen frei von dem, dem er auch erlassen hat. Zweite Aussage. Die Erfüllung wirkt zugunsten aller Gesamtschuldner. Wo gucken Sie da? 422 Absatz 1 Satz 1 Satz 1. Und was sagt er Ihnen? Ja? Lesen wir mal vor. Die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner wirkt auch für die übrigen. Die Idee dahinter ist, wenn einer zahlt, kann das Geld, was er schon gezahlt hat, nicht mehr von den anderen verlangt haben. Das ergibt sich auch schon aus dem 421, sollte Sie also nicht überraschen. Das heißt, Erfüllung hat immer Wirkung auch für alle. Erlass hat grundsätzlich nur Wirkung für denjenigen, mit dem der Erlassvertrag geschlossen wird. Wie sieht es aus mit Unmöglichkeit? Stellen Sie sich vor, der V und der X haben beide versprochen, dem K Mehl zu liefern. Frisch gemahlen von der Mühle. Diese spezielle Mühle ist aber abgebrannt. Das heißt, es gibt keine Mühle mehr auf der Welt, die dieses Mehl herstellen kann. Der V hat auch dummerweise keins mehr auf Lager. Der X hat dagegen noch 1000 Säcke auf Lager. Frage, ist dann die Erfüllung des Kaufvertrages über das Mehl unmöglich geworden? Ja? Ja? So ist es. Also, das steht in 425 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2. Dann wird derjenige Schuldner, für den die Erfüllung unmöglich geworden ist, befreit. Das heißt, in unserem Fall sagt der V, ich habe kein Mehl mehr da. Das heißt, er muss auch nicht mehr erfüllen. Denn er hat eine Vorratsschuld im Zweifel und muss sich nicht mehr vom Markt beschaffen. Der X dagegen kann noch erfüllen. Das heißt, für den X ist die Erfüllung des Kaufvertrages möglich. Das heißt, seine Schuld er liegt nicht nach § 475 und er muss alleine leisten. Und das bringt uns jetzt zu der schwierigen Frage, was ist denn an dem § 426? Vorher waren es zwei, jetzt ist es nur noch einer. Was, würden Sie sagen, passiert dann im Rahmen von § 426? Ist dann derjenige, der übrig bleibt, der Dumme und trägt auf einmal alleine die Schuld? Ja, in der Tat, im Innenverhältnis haben wir das Problem, der kann kein Mehl mehr geben, also ist der übergegangene Anspruch nach § 426 Absatz 2 unmöglich geworden. Und wir haben schon gesehen, bei Unmöglichkeit kriege ich dann Schadensersatz nach § 280 Absatz 1 Absatz 3 283. Das heißt, derjenige, der das Mehl noch hat, muss sein komplettes Mehl abgeben, kriegt aber von dem, der kein Mehl hat, Geld als Schadensersatz im Innenverhältnis. Weil derjenige hätte ja auch eigentlich Mehl leisten müssen, kann er nicht, also muss er stattdessen Geld zahlen. Ja, gucken wir uns die vierte Aussage an. Der Annahmeverzug wirkt zugunsten aller Gesamtschuldner. Was sagen Sie dazu? Das heißt, ein Schuldner geht hin und sagt, hier hast du die Leistung, und der Gläubiger sagt, die nehme ich nicht an. Ja, in der Tat, das ist das, was § 424 sagt. Wenn also auch nur einer von den Schuldnern hinkommt und dem Gläubiger die Leistung anbietet, und der nimmt sie nicht an, ist er gegenüber allen Schuldnern im Annahmeverzug. Welche Folgen hatte der Annahmeverzug nochmal so grob? Woran erinnern Sie sich da? Ja, 300 Absatz 1, der Schuldner haftet nur noch für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Fällt Ihnen noch eine Folge ein? Ja. Das heißt, wir haben hier die seltene Konstellation, dass auch Geldschulden unmöglich werden können. Das heißt, hier würden alle frei, wenn derjenige, der hingegangen ist mit dem Geld, auf dem Rückweg überfallen wird. Dann würde auch kein anderer mehr zahlen müssen. Es würden alle von ihrer Leistungspflicht befreit. So, das war diese Folie. Und das Schöne ist, Sie sehen alle Aussagen richtig. Letzte Wiederholungsfolie bezieht sich auf unseren Innenausgleichsanspruch. Wenn ein Gesamtschuldner leistet, kann er nach 426.1 anteiligen Ersatz von den anderen Gesamtschuldnern verlangen. Ist das so? Ja. Ja, was steht genau in Absatz 2, Satz 1? In der Tat, in dem Moment, wo der Gesamtschuldner leistet, geht die Forderung des Gläubigers gegen die Gesamtschuldner auf ihn über. Ist das eine Anspruchsgrundlage? Frage ich jetzt mal. Erstes Semester, ist das eine Anspruchsgrundlage? 426, Absatz 2, Satz 1. Nein, also nicht wirklich die Erstes Semester, die wir jetzt nicht erfolgen, aber wir haben das 12. Ja. Was ist denn eine Anspruchsgrundlage? Was brauchen Sie denn für eine Anspruchsgrundlage? Aha, also bestimmte Voraussetzungen, bei denen eine bestimmte Rechtsfolge eintritt. Haben Sie das hier? Haben Sie Voraussetzungen? Hat 426, Absatz 2 Voraussetzungen? Was meinen Sie? Ja, nicht wirklich, also es wird schon gesagt, dass die anderen Schuldner zu gleichen Anteilen verpflichtet sind. Auch die Leistung, wie gesagt, der Gesamtschuldner bewirkt hat, zu leisten, aber letzten Endes nicht. 426, Absatz 2, Satz 1 hat diese Norm Voraussetzungen, die Sie prüfen könnten. Welche? Ja, in dem Satz Teil soweit. Und welche Voraussetzungen würden Sie ja so sehen? Was würden Sie prüfen in der Klausur? Ja, also in der Tat, wir brauchen eine Gesamtschuld. Denn sonst macht 426, Absatz 2 keinen Sinn. Zweitens muss einer der Gesamtschuldner gezahlt haben. Und drittens muss dieser Gesamtschuldner einen Anspruch auf Ausgleich haben, aufgrund seiner Zahlung. Das heißt, er muss mehr gezahlt haben als seinen Anteil. Das sind die drei Voraussetzungen. Also Voraussetzungen hat die Norm auf jeden Fall. Hat sie auch eine Rechtsfolge? Was ist die Rechtsfolge? Ja, die Rechtsfolge ist ein Forderungsübergang. Ist diese Norm also eine Anspruchsgrundlage? Sie hat einen Tatstaaten in der Rechtsfolge. Ja, das kommt dem Ganzen schon näher, weil die Rechtsfolge ein Tun oder Unterlassen sein muss. Woher wissen Sie das, dass die Rechtsfolge einer Anspruchsgrundlage ein Tun oder Unterlassen sein muss und nicht was automatisch passiert? Ja? Ja. 194, Absatz 1 sagt Ihnen, was ein Anspruch ist. Ein Anspruch ist das Recht von jemand anderem ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. Hier, diese Norm ermöglicht Ihnen aber nicht, von jemand anderem ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. Warum nicht? Weil die Norm sagt, es geht ein Anspruch über. Das geht automatisch, ohne dass jemand was tun oder unterlassen muss. Das heißt, 426.2 ist zwar eine Rechtsnorm mit Voraussetzungen und einer Rechtsfolge, aber es ist keine Anspruchsgrundlage. Kann ich also aus 426 sagen, der anteilige Ersatz folgt aus 426.2? Woraus hätte ich denn einen Anspruch gegen meine Mitgesamtschuldner, wenn ich 426.2 anwende? Sagen wir, der V verkauft Ihnen allen neue Gesetzestexte. Und er sagt, Sie zahlen mir alle zusammen eine Million Euro. Wie Sie das aufteilen, ist mir egal. Und jetzt geht einer von Ihnen hin und zahlt eine Million. Nun, welchen Anspruch hätte er gegen Sie als Mitkommunitoren? Ja? Ja, er kann gegen Sie einen Anspruch geltend machen aus dem Kaufvertrag aus 433 Absatz 2 BGB. Ursprünglich bestand ein Kaufvertrag zwischen V und Ihnen allen. In dem Moment, wo einer zahlt, geht dieser Anspruch aus 433 Absatz 2 aber über auf den, den er gezahlt hat. Das heißt, er kriegt komplett den Anspruch abzüglich seines eigenen Teils. Ja? Also seinen eigenen kriegt er nicht, aber den Anspruch gegen alle anderen kriegt er. So, das wäre 426.2, aber hier steht in der Frage ja drin, wenn ein Gesamtschuldner leistet, kann er nach 426.1 anteiligen Ersatz von den anderen Gesamtschuldnern verlangen. Was regelt 426.1? Ist das eine Anspruchsgrundlage? Ist das eine Anspruchsgrundlage? Ist das eine Anspruchsgrundlage? Ja, in der Tat, es wird eine Pflicht begründet und damit auch ein Anspruch gegen die Gesamtschuldner. Frage, berechtigt dieser Anspruch dazu, von den anderen anteiligen Ersatz zu verlangen? Gucken Sie mal, passt das unter das Gesetz? Gucken Sie mal, passt das bitte. Sind zu gleichen Anteilen verpflichtet? Kann ich aufgrund dieser Norm irgendwas von meinen Mitgesamtschuldnern verlangen? Aha, das heißt also, derjenige, der zuerst zahlt, ist der Dumme. Das wäre ein bisschen komisch vom Ergebnis her, oder? Das heißt, wer zuerst zahlt, verliert seinen Anspruch. Das heißt, zu warten ist schlau. Dann haben wir danach noch Absatz 2. Ja, wir haben danach noch Absatz 2, aber stellen Sie sich Folgendes vor, was passieren könnte. Die Verjährung beträgt drei Jahre. Am 31. Dezember klopft es bei Ihnen an der Tür, der Gläubiger sagt, zahl oder stirb. Und Sie zahlen dem das Geld, aber leider an Silvester finden Sie Ihre Mitgesamtschuldner nicht mehr, die sind alle weg. Und am 1. Januar, Pech gehabt. Anspruch verjährt. Also der 426-2er-Anspruch, der kann durchaus schon weg sein zu dem Moment, wo Sie zahlen. Die laufen nicht zwingend parallel. Ja, kurz gesagt, wenn da steht, zu gleichen Anteilen verpflichtet, heißt das, Sie sind vor der Leistung im Innenverhältnis verpflichtet, mitzuwirken. Das heißt, Sie sind zu tun, als seien Sie gemeinschaftliche Schuldner. Also jeder sollte eigentlich seinen Teil beibringen. Wenn aber einer trotzdem schon voll geleistet hat, sind Sie ebenfalls im Innenverhältnis verpflichtet, das wieder gut zu machen, was der zu viel geleistet hat. Das heißt, Sie haben dann im Innenverhältnis nach 426-1 einen Anspruch auf Ausgleich. Das heißt, 426-1 ist eine eigene Anspruchsgrundlage auf Innenausgleich. 426-2 bewirkt, dass ich den Anspruch des Gläubigers, sagen wir aus 433-2, gegen meinen Mitgesamtschuldner geltend machen kann. Absatz 1 eigene Anspruchsgrundlage. Absatz 2 erweitert den Anspruch aus dem Kaufvertrag, dem Werkvertrag oder Ähnliches. Zweite Aussage. Im Verhältnis zueinander haften Gesamtschuldner als Teilschuldner. Was soll das denn heißen? Im Verhältnis zueinander haften Gesamtschuldner als Teilschuldner. Dazu müssen wir nochmal klären, was sind Teilschuldner? Bei Teilschuldnern kann der Gläubiger von jedem nur den Teil verlangen, den er auch im Innenverhältnis erbringen muss. Das heißt, Innenverhältnis und Außenverhältnis sind gleich. Frage, gilt das im Innenverhältnis der Gesamtschuldner? Wir haben Gesamtschuldner A, B, C und D. Jeder haftet in Höhe von 25% und A zahlt. Das könnte ja nicht aus der Gesamtschuldnern sein, aber er kann dann ja nicht zu B gehen und sagen, den ganzen Rest zu teilen, den Erlösverlangen, sondern er ist zu jedem Einzelverhältnis. So ist es. Wir hätten zwei Varianten. Das eine wäre, im Innenverhältnis haften Gesamtschuldner als Gesamtschuldner. Dann könnte jetzt A zu B gehen und sagen, gib mir 75%, weil dafür haften du, C und D. Dann könnte der B zu C gehen und sagen, gib mir bitte 50%, denn in der Höhe haften du und D. Und der C könnte nur hinten das Viertel bei D holen. Das geht nicht, sondern der A, der zahlt, kann von jedem nur ein Viertel verlangen und keinen Cent mehr. Die andere denkbare Variante wäre eine gemeinschaftliche Schuld, das heißt, wir müssten alle gleichzeitig verklagen. Das macht aber auch keinen Sinn. Das heißt, er darf wirklich hingehen und von jedem nur die Quote verlangen. Eine gewisse Modifikation ist allerdings 426 Absatz 1 Satz 2 BGB. Da steht nämlich drin, wenn einer nicht zahlen kann oder nicht vollzahlen kann, wird das, was er nicht zahlen kann, auf die anderen wieder verteilt. Das heißt, wenn sie 4 Freunde sind und der eine ist pleite, dann wird durch 3 geteilt. Dann muss derjenige, der kein Geld hat, nicht zahlen. Wenn man nicht zahlen kann, Insolvenzverfahren, dann wird halt auf die anderen 3 verteilt. Ja? Nein, weil wir statt der Unmöglichkeit Schadensersatz kriegen. Wir ersetzen also die Unmöglichkeit, die unmögliche Leistung durch eine Geldzahlung nach 280 Absatz 1, Absatz 3, 283. Denn er muss ja nach Absatz 1 Ausgleich leisten. Das ist unmöglich. Also kann ich das hier verteilen. Der Absatz 1 Satz 2 meint eher, es geht darum, ich kann ihn faktisch nicht erlangen. Ich kann das sagen, das, was er mir eigentlich schuldet, nicht durchsetzen, weil nichts da ist. Weil er ins Ausland gegangen ist oder weil er nicht genug Geld hat. Dann sagt man, soll nicht der, der darunter leidet, der vorgeleistet hat, sondern soll unter die übrig gebliebenen verteilt werden. Deshalb steht auch nicht unmöglich, was nicht erlangt werden kann. Sonst hätte der Gesetzgeber beschrieben, ist die Leistung unmöglich, verteilt sie sich. Ja. Dritte Aussage. Wenn nichts anderes vereinbart ist, haften die Gesamtschuldner zu gleichen Teilen? Ja oder nein? Ja. Ja. Das ist 426 Absatz 1 Satz 1. Die erste wichtige Ausnahme ist die Vereinbarung. Die andere wichtige Ausnahme ist, es kann sich was anderes aus dem Gesetz ergeben. Wir sagen zum Beispiel, bei Schadensersatzansprüchen kommt es auf die Verschuldensquote an. Wenn Sie also einen Autounfall haben mit drei Leuten, dann kommt es darauf an, wie viel Prozent Verschulden jeden einzelnen Fahrer trifft. Und entsprechend wird dann die Reparatur geteilt. Letzte Aussage, neben dem Ausgangsanspruch kann der Leistung der Gesamtschuldner auch den Anspruch des Gläubigers geltend machen. Woraus ergibt sich das? Ja. 426 Absatz 2. So ist es. Das ist 426 Absatz 2. Merken Sie sich also immer in der Klausur, müssten Sie erst einen Anspruch aus 426 Absatz 1 prüfen. Und danach noch einen Anspruch aus, sagen wir mal 433 Absatz 2 BGB. Und in diesem Rahmen müssten Sie dann auch den 426 Absatz 2 ansprechen. Bei Anspruch entstanden, müssten Sie also sagen, ursprünglich hatte der Anspruch der V. Er könnte aber nach 426 Absatz 2 in Verbindung mit 412 in Verbindung mit 398 auf den Schuldner X übergegangen sein. So, das war die Gesamtschuld. Jetzt kommen wir wieder zu unseren Dritten. Ich habe Ihnen gesagt, Dritter ist jeder, der weder Gläubiger noch Schuldner ist. Und ich habe Ihnen auch gesagt, grundsätzlich haben Dritte mit Verträgen nichts zu tun. Es gilt die Relativität der Schuldverhältnisse. Dann haben wir gesprochen über den Vertrag zugunsten Dritter. Das heißt, der Schuldner soll an den Dritten leisten, weil der Gläubiger ihm das so gesagt hat. Und wir haben gesprochen auch über diese tollen Bezeichnungen. Das Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner heißt Deckungsverhältnis. Das Verhältnis zwischen Gläubiger und Drittem heißt Valuta-Verhältnis. Und das Verhältnis zwischen Schuldner und Drittem heißt Zuwendungsverhältnis. Sie müssen sich davon nur merken, Valuta-Verhältnis und Deckungsverhältnis. Das wird Ihnen spätestens nächstes Semester sehr oft begegnen im Bereicherungsrecht. Also diese beiden Wörter bitte merken, Valuta ist Verhältnis Gläubiger-Dritter und Deckungsverhältnis ist Verhältnis Gläubiger-Schuldner. Dann habe ich Ihnen gesagt, dass 328 BGB grundsätzlich einen echten Vertrag zugunsten Dritter regelt. Dieser echte Vertrag zugunsten Dritter zeichnet sich dadurch aus, dass ich nicht an den Gläubiger leisten darf. Wir haben in 362 Absatz 1 gesehen, ich muss grundsätzlich einen Gläubiger leisten. Beim echten Vertrag zugunsten Dritter darf ich nur an den Dritten leisten. Ja, also sagen wir, Sie bestellen was, das soll geliefert werden an Ihre Oma in der Bayerischen Alm. Dann wird das an Ihre Oma geschickt und wenn es an Sie geschickt würde, wäre der Vertrag nicht richtig erfüllt. Es muss an die Oma geschickt werden. Zweitens kann der Gläubiger und der Dritte den Anspruch einklagen. Wenn also nichts kommt, können sowohl Sie den Laden verklagen als auch Ihre Oma. Das ergibt sich aus 335, obwohl der Gläubiger nicht an sich Leistung verlangen kann, kann er klagen auf Lieferung an Oma. Der Dritte, also Ihre Oma, ist nicht Vertragspartner. Und das ist ganz wichtig, weil dadurch, dass Oma nicht Vertragspartnerin ist, kann Oma grundsätzlich auch nicht viel falsch machen. Sie muss den Kaufpreis nicht bezahlen, weil Sie Kaufpreis zahlen müssen. Oma hat keine Pflichten aus dem Schuldverhältnis. Allerdings trifft die Oma eine Rücksichtnahmepflicht. Wenn also der Bote kommt mit dem tollen Klavier, was Sie Ihrer Oma auf der Bayerischen Alm geschenkt haben, und die Oma spuckt dem ins Gesicht, dann muss die Oma dafür Chancen leisten und nicht Sie. Wie? Weil Oma hat gespuckt. Oma ist wie ein Lama. Das haben Sie sich verstanden. Es gibt allerdings in 334 eine Norm, die Sie an zwei andere Normen erinnern soll, nämlich an eine Norm aus der Abtretung, und das ist 404, und an eine Norm aus der Schuldübernahme, und das ist 417. Die Norm sagt nämlich, der Schuldner kann gegenüber dem Dritten alle Einwendungen erheben, die er gegenüber dem Gläubiger erheben könnte. Der Dritte steht nie besser als der Gläubiger. Diese Normen merken Sie sich bitte für die nächste halbe Stunde. Das ist doch ein Intelligenztest, weil dann kommt diese Norm wieder dran, in einer halben Stunde. 334. Jetzt merken, die kommt gleich nochmal. Letzter Punkt. Der Erwerb kann aufgeschoben sein. Sie können zum Beispiel folgenden Vertrag schließen. Wenn ich sterbe, soll der sowieso eine Million Euro kriegen. Einen solchen Vertrag nennt man üblicherweise Lebensversicherung. Also wenn ich sterbe, soll Geld an den sowieso gezahlt werden. Das ist ein Vertrag zugunsten Dritter. Sie sind der Versicherungsnehmer, und Sie zahlen der Versicherung Geld dafür, dass die, wenn Sie sterben, Geld an einem Dritten zahlt. Sie werden das Geld nie sehen, das Geld sieht immer hier unser Dritter. Das ist ein Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall. Es gibt neben diesem echten Vertrag zugunsten Dritter auch einen unechten Vertrag zugunsten Dritter. Das wäre jetzt auch relativ witzlos, den als echt zu bezeichnen, wenn es keine Fälschung gäbe. Die Fälschung funktioniert wie folgt. Sie können in jedem beliebigen Vertrag sagen, leiste entweder an mich oder an den und den. Wir haben das gesehen, als wir uns in § 362 BGB angeguckt haben. Der hat nämlich einen Absatz 2. Und dieser Absatz 2 sagt, Sie können Leistungen an einem Nichtberechtigten genehmigen. Das heißt, Sie können auch vorab sagen, Leistung entweder an mich als Gläubiger oder an den als Dritten. Das ist sehr wichtig, weil dann hat der Dritte keinen Anspruch auf die Leistung. Er kann nicht vor Gericht ziehen und ihn verklagen. Beim echten Vertrag zugunsten Dritter kann der Dritte das. Klagen darf dann nur der Gläubiger, das heißt nur derjenige, die den Vertrag geschlossen hat. Die Abgrenzung zwischen dem echten Vertrag zugunsten Dritter nach § 328 und dem unechten Vertrag zugunsten Dritter, bei dem nur an den Dritten erfüllt werden darf, also hier beim echten muss an den Dritten erfüllt werden, beim unechten darf an den Dritten erfüllt werden, folgt aus § 328 Absatz 2 BGB. Und wenn Sie gucken, steht da drin, in Ermangelung einer besonderen Bestimmung ist aus den Umständen, insbesondere aus dem Zweck des Vertrages zu entnehmen, ob der Dritte das Recht erwerben soll, ob das Recht des Dritten sofort und unter gewissen Berührungsvorsitz stehen soll und ob den Vertrag schließend die Befugung vorbehalten sein soll, das Recht des Dritten ohne dessen Zustimmung aufzuheben oder zu ändern. Diese Norm sagt nicht viel anderes aus als § 133 und § 157 BGB. ist aber lex specialis, weil sie nur für den Vertrag zugunsten Dritter gilt. Das heißt, auch da müssen Sie ganz normal auslegen, was sind die Umstände, insbesondere der Zweck des Vertrages. Weil der Gesetzgeber im Jahr 1900 gedacht hat, das versteht keiner, hat er dann Auslegungsregeln gemacht in § 329, § 330 und § 331 für Konstellationen, die er damals für besonders wichtig hielt. Die erste habe ich schon mal angedeutet, § 329. Wenn Sie sich den mal kurz ansehen, da geht es darum, jemand kommt und sagt, ich zahle das für dich. Ich mache das schon. Also Sie haben Schulden und jemand kommt zu Ihnen und sagt, ich mache das schon. Dann haben wir gelernt, ist das eine wirksame Schuldübernahme, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich zahle deine Schulden. Ist es eine wirksame Schuldübernahme, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich zahle deine Schulden, was sagen Sie dazu? Ja, wie ist es mit der Schuldübernahme? Was brauchen wir für eine Schuldübernahme? Ja, nach § 414 einen Vertrag. Gut, Sie werden sagen, ja nehme ich an. Reicht das? Also jemand kommt zu Ihnen und sagt, ich zahle deine Schulden und Sie sagen, au ja, danke. Jetzt wirksame Schuldübernahme. Ja? Ja, wo steht das? Ja, exakt § 415. Der sagt, dieser Vertrag führt nicht dazu, dass der alte Schuldner nicht zahlen muss. Erst dann, wenn der Gläubiger zustimmt, wird der alte Schuldner frei. Ja? Also bei der Schuldübernahme muss immer der Gläubiger zustimmen. § 329 sagt uns aber jetzt für diesen Fall Folgendes, das ist wichtig. Wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich zahle deine Schulden und Sie sagen ja, dann haben Sie einen wirksamen Vertrag geschlossen und Sie können ihn darauf verklagen, dass er Ihre Schulden zahlt. Aber § 329 sagt, wer nicht klagen darf, ist Ihr Gläubiger. Ihr Gläubiger erlangt keinen Anspruch, nur Sie haben einen Anspruch, darauf, dass Ihre Schulden bezahlt werden. Das heißt, § 329 sagt, das bloße Versprechen, fremde Schulden zu bezahlen, führt zu einem unechten beziehungsweise echten Vertrag zu gewünschen wird. Was meinen Sie? Sagt § 329 kommt ein echter Vertrag zugunsten Dritter raus oder ein unechter Vertrag zugunsten Dritter? Ein unechter Vertrag zugunsten Dritter. So ist es. § 329 sagt, das bloße Versprechen, Ihre Schulden zu bezahlen, führt zu einem unechten Vertrag zugunsten Dritter. Unecht deshalb, weil Ihr Gläubiger kein Forderungsrecht hat. Aber in den Momenten, der Gläubiger noch vordert, stimmt der doch automatisch zu, oder? Nein. Der müsste dann gleichzeitig auch sagen, dass er das Geld von Ihnen nicht mehr haben will. Das bloße Fordern kann ja auch heißen, ich versuche es mal, wenn der Geld hat, gut, wenn der kein Geld hat, dann bleibe ich wieder bei Ihnen. Das heißt, die Aussage, ich hätte gerne Geld von dir, heißt noch nicht, ich verzichte auf den anderen. Und die Schuldübernahme setzt immer voraus, dass Sie sagen, ich verzichte. Und dieses Verzichten ist eher selten. Keiner verzichtet auf irgendwas in Deutschland. So, Paragraf 330 BGB war im Jahr 1900 total wichtig und heute ist er total unwichtig. Das heißt, Sie können den Paragrafen direkt vergessen. Worum geht es da? Es geht um Leibrenten. Was ist eine Leibrente? Die soll so etwas sagen wie, Sie verkaufen Ihren Bauernhof und der Käufer sagt, bis zu Ihrem Lebensende kriegen Sie von mir Geld. Eine Rente jeden Monat. Und wenn Sie sterben, kriegen Ihre Kinder Geld, bis Sie erwachsen sind. Solche Verträge kann man schließen. Dieses ganze Leibrentenzeug hat aber praktisch keine Bedeutung mehr. Statt der Leibrente haben wir heute Lebensversicherungen und das Ganze ist praktisch völlig irrelevant. Das können Sie direkt wieder vergessen. Leibrenten werden Ihnen nie in Ihrem Leben begegnen. Sie werden sterben, ohne diesen Paragrafen kennenzulernen. 331 ist dem gegenüber total wichtig. Das ist das Blöde dabei. 331 BGB betrifft Leistungen nach Todesfall. Und da geht es um den Fall, Sie sagen, wenn ich sterbe, soll die Bank mein ganzes Geld geben und das meiner Geliebten auch den Bahamas geben. Warum machen Sie das? Weil Sie das nicht vererben wollen. Weil Sie es im Idealfall an Ihren Erben vorbeischmuggeln wollen, damit die keinen Pflichtteil kriegen. Weil Sie ein böser Mensch sind. Und solche Verträge können Sie abschließen, sagt das. Nämlich, soll die Leistung an den Dritten nach dem Tode desjenigen erfolgen, welcher sie versprochen wird, so erwirbt der Dritte das Recht auf die Leistung im Zweifel mit dem Tode des Versprechungsempfängers. Das heißt, in diesem Fall, sobald Sie gestorben sind, kann Ihre Geliebte die Bank verklagen auf Leistung. Der Anspruch entsteht erst mit Ihrem Tod. Vor Ihrem Tod können Sie selber sagen, ach, ich möchte das Geld haben. Nach Ihrem Tod kann das Ihre Geliebte haben. Dann haben wir noch die tolle Regelung, 331 Absatz 2. Stirbt der Versprechensempfänger vor der Geburt des Dritten, so kann das Versprechen an den Dritten zu leisten nur dann noch aufgehoben oder geändert werden, wenn die Befugnis dazu vorbehalten ist. Das heißt, Sie vererben jetzt schon mal Ihren Urenkeln was, dann kann man das nicht mehr so einfach rückgängig machen. An dieser Norm hängen ungefähr 10.000 Probleme, die Sie alle ganz, ganz intensiv machen werden, wenn Sie sich mit Erbrecht beschäftigen. Der Grund dafür ist nämlich, im Erbrecht brauchen Sie ein handschriftliches Testament oder einen notariell beurkundeten Erbvertrag. Für diese Verträge zugunsten Dritter können Sie auch konkludente Verträge schließen, mündlich. Das heißt, Sie könnten hier die ganzen schönen erbrechlichen Vorschriften umgehen und das ist ein Problem. Das Problem müssen wir aber hier nicht machen zum Glück, weil das kommt erst später dran. So, was gilt bei einem Vertrag zugunsten Dritter? zunächst mal 332 hat sich der versprechende Fänger die Befugnis vorbehalten, ohne Zustimmung des Vertrechenden an die Stelle des Vertrags zu zeichnen Dritten einen anderen zu setzen, so kann diesem Zweifel auch in einem Testament entstehen. Die Norm sagt Ihnen, im Grundsatz können Sie den Dritten zu Lebzeiten austauschen, wenn Sie es vorgesehen haben und Sie können das sogar bei einem Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall im Testament machen. Das heißt, Sie können sagen, doch nicht die Geliebte, sondern die andere Geliebte und die weiß davon gar nichts. So brutal geht das zu in Deutschland. 333 BGB ist eine Norm, die soll sicherstellen, dass man Ihnen nichts gegen Ihren Willen aufdrängen kann. Wenn jemand für Sie einen Vertrag zugunsten Dritter schließt und für Sie was bestellt im Internet, haben Sie nach 333 das Recht zu sagen, nein, das nehme ich nicht an. Die Folge dann ist, dass das Recht als nicht erworben gilt, das heißt, es wird so getan, als hätten Sie nie einen Anspruch gehabt. Also wenn Sie sagen, ich will nicht, er liegt die Anspruch für die Vergangenheit. Alles weg. Sie geraten auch nicht ein gläubiger Verzug, weil Sie nie einen Anspruch hatten. Dann kommt noch 334 BGB, 334 BGB habe ich Ihnen schon gesagt eben, ist die Parallelnorm zu 404 und 417, die sagt, wenn der Gläubiger, wenn an den Dritten geleistet worden ist, kann der Gläubiger die Leistung nicht fordern, wenn vereinbart worden ist, dass die Leistung erst am 01.01. 2018 erfolgen soll, kann auch der Dritte die Leistung nicht vorher fordern. Alles, was der Gläubiger vereinbart hat, wirkt auch zum Nachteil des Dritten. Der Dritte steht nicht besser als der Gläubiger, aber auch nicht schlechter. Ich habe Ihnen gesagt, das kommt nochmal, warten Sie ab, das kommt gleich nochmal. Und dann haben wir noch 335 BGB, 335 BGB sagt, der Versprechungsempfänger hat ein eigenes Forderungsrecht, das heißt, der Gläubiger kann klagen, nicht auf Leistung an sich selber, aber auf Leistung an den Dritten. Das heißt, er ist immer noch zur Geltendmachung befugt. Das kann er aber vertraglich ausschließen, das ist also seine Vertragsfreiheit. Der Vertrag zugunsten Dritter ist genauso wie die Abtretung und die Schuldübernahme eine Verfügung. Das heißt, das Deckungsverhältnis, das was Sie hier gesehen haben, hat nichts zu tun mit dem Valuta Verhältnis. Was soll das bedeuten, wenn Sie hier ein Problem haben, zum Beispiel, die Schenkung ist nichtig, Sie wollen Ihrem besten Freund eine neue Playstation schenken und bestellen die bei Amazon und sagen, Lieferung an den besten Freund. und er stellt sich heraus, Ihr Freund hat Sie übers Ohr gehauen, er ist gar nicht Ihr Freund, er ist mit Ihrer Freundin ins Bett gegangen und es gibt ganz schlimme Dinge. Und daraufhin erklären Sie die Anfechtung der Schenkung nach 123 Absatz 1 wegen artlistiger Täuschung. Der hat nur so getan, als sei er Ihr Freund, in Wirklichkeit hat er sie immer nur ausgenutzt. bleibt der Anspruch auf Lieferung einer Playstation gegen Amazon trotzdem bestehen, weil die beiden Verträge sind unabhängig voneinander. Das heißt, Sie kriegen trotzdem eine Playstation, aber Sie müssen diese Playstation dann herausgeben, weil Sie gelogen und betrogen haben. Aber der direkte Anspruch gegen Amazon besteht trotzdem nicht, weil beide Ansprüche, das Deckungsverhältnis und das Valutaverhältnis sind unabhängig voneinander, das Eines nichtig ist, bleibt das andere trotzdem wirksam. Abstraktionsprinzip. Ja, einfach, oder? Ja, das können Sie dann morgen früh gucken bei Verklag mich doch, oder irgendwie raus aus den Schulden. So, jetzt kommen die schwierigen Fragen, wo man nachdenken muss. Achtung, nachdenken. Kann der Dritte wirksam gegenüber dem Schuldner zurücktreten. Jetzt sind Sie alle erstaunt. Keiner weiß nicht, worum es geht. Ja? 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 In der Tat, wir haben gelernt, dass der Rücktritt immer einen Vertrag voraussetzt, von dem ich zurücktreten kann. Und zwar einen Verpflichtungsvertrag. Es gibt hier auch einen Verpflichtungsvertrag, aber zwischen wem besteht der Verpflichtungsvertrag? Wer ist verpflichtet wem gegenüber? Wer hat die Pflicht? Ja? Ja? Der Versprechende, der Schuldner ist verpflichtet gegenüber dem Versprechungsempfänger, also dem Gläubiger. Also, wessen Vertrag ist das? Wer kann zurücktreten nur? Intuitiv? Wenn wir einen Vertrag haben zwischen Schuldner und Gläubiger? Ja, der Gläubiger kann zurücktreten, der Dritte nicht, weil der Dritte nicht Partei des Vertrages ist. Der Dritte ist begünstigt den Vertrag zugunsten Dritter, aber das schafft ihm nicht das Recht zurück zu treten. Zweite Frage, was gilt, wenn der Dritte die Annahme der Leistung verweigert? Das ist eine tolle Frage, oder? Was könnte denn passieren, wenn der Dritte sagt, nehme ich nicht an? Ja? Dann könnte man sagen, 333 Zurückweisung des Rechts, aber stellen Sie sich folgendes vor, der Verkäufer ruft vorher an und er sagt, ja, ja, bring mal vorbei, dann steht der Verkäufer da und sagt, heute habe ich keine Lust, nimm mal wieder mit. Und dann sagt der Verkäufer sich, ich bin noch nicht blöd, fahre hier ständig hin und her, ich möchte jetzt gerne Ersatz für die zusätzlichen Transportkosten, für das vergebliche hin und her fahren. was könnte eine Anspruchsgrundlage für sowas sein? Unnützes hin und her fahren, Ja? 334 steht da was mit Anspruch? Wir machen wieder den Test, den wir eben hatten, kann nach 334 jemand ein Tun oder Unterlassen verlangen? Nein, also kann es keinen Anspruch aus 334 geben. Das könnte schade sein, es ist eine Pflicht gibt zur Abnahme. Gibt es eine Pflicht? Hat er diese Pflicht, die Sache anzunehmen, Auswand 41 Absatz 2? Ja. Meinen Sie? Das setzt voraus, dass er eine Pflicht hat, die Leistung anzunehmen. das ist ja genau das Problem. Also ein Unterlassen kann nur dann sozusagen Schadens begonnen, wenn es eine Pflicht zum Handeln gibt. Also wenn Sie sich über abreden, dass der Dritte die Leistung anbietet, und diesem Wort dann entgegnimmt, dann wäre das schon ein Pflicht. Das ist eine Pflicht, sagen Sie. Dann gibt es eine Pflicht, die Leistung anzunehmen. nicht anzunehmen, aber daraus indirekt eine Pflicht. Nochmal, auch bei Schadens 41.2 kann ein Unterlassen nur relevant sein, wenn eine Pflicht zum Tun besteht, wie im Strafrecht. Wenn Sie wissen, jetzt sterben gerade arme Kinder in Afrika, weil Sie ein reichhaltiges Mensaessen gegessen haben, dann haben Sie unterlassen, das Kind in Afrika zu füttern und sind dafür verantwortlich, dass es verhungert ist und trotzdem sind Sie nicht strafbar wegen einen Totschlag sich unterlassen. Warum nicht? Weil Sie keine Handlungspflicht haben. Sie haben keine Garantstellung gegenüber den armen Kindern in Afrika. Deshalb sind Sie straflos. Und im Zivilrecht gilt nichts anderes, Sie müssen nur Leistungen annehmen, wenn Sie dazu eine Pflicht haben. Ja? Ja? Ja, der Kollege sagt, der Gläubigerverzug ist eine bloße Obliegenheitsverletzung, der führt zu einer Gefahrverlagerung, aber es gibt sogar eine Anspruchsgrundlage beim Gläubigerverzug. Ja? Ja, Paragraf 304 BGB. Das ist eine eigene Anspruchsgrundlage. Die setzt auch kein Verschulden voraus oder irgendwas, sondern 304 ist ein eigener Aufwendungsersatzanspruch. Das heißt, die Kosten für die nutzlose Fahrt kriegt er nach 304 ersetzt. Wenn, was der Fall ist, was setzt 304 voraus? Ja? Annahmeverzug. Und wo könnte unser Problem am Annahmeverzug liegen? Ja, er ist nicht Vertragspartner und nicht zur Annahme verpflichtet. Was sagen Sie dazu? Würde das so richtig funktionieren von der Logik her? Völlig richtig. Also, wenn das so wäre, die Leistung an den Gläubiger ist unzulässig. Die Leistung an den Dritten würde aber nie die Annahmeverzug begründen, dann wäre für diese Fälle der Annahmeverzug immer ausgeschlossen. Dieses Ergebnis kann offensichtlich nicht stimmen. Also, was passiert denn dann hier? Wie würden Sie diesen Fall lösen? Aha, Sie würden also den 304 analog anwenden. Würde das reichen? Stellen Sie sich vor, auf der Rückfahrt wird der von dem betrunkenen Autofahrer X angefahren und Ihr Playstation explodiert im Transportfahrzeug. Ja, wir können die gesamten Regeln über den Annahmeverzug analog anwenden. Oh, ganze BGB analog anwenden. Es gibt einen viel einfacheren Trick. Wenn Sie nämlich sagen, der Gläubiger hat hier gesagt, wohin geleistet werden soll. Das heißt, er hat selber gesagt, wie die Leistung erfolgen soll. Und damit hat der Gläubiger das Risiko übernommen, dass diese Lieferform nicht funktioniert. Das heißt, der Gläubiger gerät in der Tat in Gläubiger Verzug. Wer ist unser Gläubiger in unserem Fall? Wir sind alle verwirrt. Wer muss nach 304 die Transportkosten hin und her fahren bezahlen? Ja? Der Versprechensempfänger und wer nicht, wer naheliegend wäre, der Dritte. Das heißt, der Dritte gerät nie in Annahmeverzug, weil er nicht Gläubiger ist, aber wenn der Dritte nicht annimmt, wirkt das zu Lasten des Gläubigers. Das heißt, es wird so getan, als hätte der Gläubiger selber die Leistung abgelehnt. Das, was der Dritte tut, wird dem Gläubiger zugerechnet und das heißt, in diesen Fällen gerät der Gläubiger in Annahmeverzug dadurch, dass der Dritte die Annahmeverzug. So, das war schon alles, wenn Sie gucken, so viele Paragrafen gibt es da auch gar nicht, aber ich habe Ihnen ja gesagt, das wird jetzt gleich alles nochmal wichtig. Wir gucken jetzt in 311 Absatz 3 BGB, Absatz 2 haben wir uns schon mal angesehen, da stand das drin mit Vertragsverhandlungen, Anbahnung eines Vertrages und ähnliche geschäftliche Kontakte. 311 Absatz 3 sagt, ein Schuldverhältnis kann auch zu Personen entstehen, die nicht Vertragspartei werden sollten. Wer ist damit gemeint? Ganz einfach, damit gemeint sind Leute, die auftreten als Berater zum Beispiel oder Sachverständige. Es kommt jemand zu Ihnen und sagt, dieses Auto, das ist das beste Auto der Welt, das würde ich auf jeden Fall kaufen. Und dieser Mensch ist zufällig Ralf Schumacher. Und dem vertrauen sie, weil der Ahnung von Autos hat. Und deshalb kaufen sie das Auto. Das Auto ist in Wirklichkeit kompletter Schrott. Dann sagt 311 Absatz 3 dieser Mensch hat besonderes persönliches Vertrauen in Anspruch genommen, weil er eine Korrifäe ist, was Autos angeht. Die wissen, dem Mann können sie trauen. Und dann hat er eine Pflicht verletzt, indem er ihnen Quatsch erzählt hat und muss ihnen dafür Schadensatz leisten. Das sagt 311 Absatz 3 ganz allgemein. Wenn Sie die Norm aber genau lesen, steht da drin, kann auch zu Personen entstehen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollten. Vertragsparteien sind aber nicht nur Schuldner, das heißt Leute, die Pflichten haben, sondern Vertragsparteien sind auch Personen, die Gläubiger sind, das heißt die Rechte haben. Und man sagt daher, ach das ist noch nicht so spannend, man sagt daher, wenn wir schon die Möglichkeit haben, Leistungspflichten zugunsten Dritter zu begründen, dann sagt 311 Absatz 3, kann ich auch Rücksichtnahmepflichten zugunsten Dritter begründen. Als Minus für den Leistungspflichten kann ich auch Rücksichtnahmepflichten begründen. Jetzt fragen Sie sich, warum sollte ich das tun? Der einfachste Fall, den sich jeder vorstellen kann, ist, der Papa geht mit seinem zweijährigen Kind in den Zoo. Und im Zoo gibt es einen Löwenkäfig. Und alle stehen um diesen Löwenkäfig, weil die Löwen so spannend sind. Und das Kind jammert, weil es nicht sehen kann, das kleine Zweijährige. Das ist so groß, das sieht nichts von den Löwen. und daraufhin nimmt der Papa das Kind und hebt das so hoch, dass es über das Gitter von dem Käfig kommt. Und der Löwe findet das ganz spannend und sagt Au, Häppchen und macht einmal Schnapp. und das Kind wird dabei verletzt, nicht tot, das Kind wird dabei verletzt. Ich denke, das Kind würde sterben, aber es lebt. Das ist mir passiert, dass ich klein war. Das Kind überlebt und jetzt haben wir aber folgendes rechtliches Problem. Nur der Papa hat Eintritt zum Zoo gezahlt, denn Kinder unter 5 Jahre kommen umsonst in den Zoo mit Papa. Ohne Papa kommen Sie gar nicht in den Zoo. Das heißt, Sie können die Kinder umsonst mitnehmen. Und damit haben wir einen Vertrag zwischen Zoo und Papa, aber keinen Vertrag zwischen Zoo und Kind. Und wenn die Gitterstäbe zu niedrig waren, hat man auch keinen Anspruch, weil das Kind hat ja nie einen Vertrag gehabt. Und aus diesem Grunde hat man ganz schlau gesagt, klebt das Kind an den Rücksicht nach einem Pflicht des Papa und alles, was man dem Kind antut, ist genauso behandelt, wie das was man Papa antut. Sehr viel häufiger kommt das vor in Wohnungen. Stellen Sie sich vor, Ihre Eltern wohnen wohnen auf der dritten Etage in einem Miets Haus und die Lampe im Flur ist kaputt. Wenn Ihre Mutter runterfällt und sich ein Bein bricht als Mieterin, kriegt sie Schadensersatz aus dem Mietvertrag, weil der Vermieter eine Rücksichtnahmepflicht verletzt, indem er ein gefährliches Gebäude stehen gelassen hat. Wenn Sie die Treppe runterfallen, hätten Sie erstmal Pech, weil Sie haben keinen Vertrag weil Sie mit in der Wohnung wohnen, werden Sie so behandelt, als wären Sie Partei des Mietvertrags. Oder für die weiblichen Teilnehmerinnen, stellen Sie sich vor, Sie haben eine aller 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 beste Freundin. Das ist Ihre herzallerliebste Freundin. Und diese Freundin will jetzt shoppen gehen. Sie haben aber gar kein Geld, weil Sie arm sind. Dann gehen Sie mit dieser Freundin shoppen und Sie gehen dann nach H&M und nach Madonna und Pimki und wie die Läden alle heißen und die schleppt sie durch alle Läden und Sie sind schon total erschöpft und dann auf dem Boden des Ladens liegt eine Seifenschicht. Warum liegt die da? Weil die Putzfrau nicht richtig geputzt hat. Und Sie rutschen aus und brechen sich den Oberschenkel. Das ist sehr unangenehm und dann sagt die Verkäuferin kein Problem wir holen Notarzt alles ganz schlimm und dann sagt sie sind Sie eine potenzielle Kundin und sagen sie ja ich habe eigentlich kein Geld dabei aber weiß man nie und und daraufhin sagt Glück gehabt weil wir haften nach 311 Absatz 2 Nummer 2 nur bei einer Vertragsanbahnung und wenn sie nie was kaufen wollen weil sie gar kein Geld dabei haben können sie gar keinen Vertrag anbahnen das heißt die Voraussetzung von 311 Absatz 2 Nummer 2 liegt nicht vor und sie kriegen keinen Schadensersatz das findet man wieder ungerecht und man sagt wenn sie mit ihrer allerbesten Freundin shoppen gehen dann ist das eine gute Sache denn dann schützt sie die Möglichkeit ihre Freundin was kauft ebenso wie die Freundin selbst also wenn die Freundin ausrutscht hätte sie einen Anspruch also haben sie auch einen derjenige sie begleiten die sind quasi wie so ein Pikachu oder sowas und batscheln da hinterher so ja ja toll so das ist die Grundidee allerdings und das ist wichtig aufpassen das ist ganz 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 wichtig Achtung wichtig Handy weg aufpassen das ist ganz wichtig wenn sie das nicht können dann werden sie in ihrem Leben nie mehr froh dieses Schuldverhältnis mit Schutzwirkung für Dritte hat gewisse Voraussetzungen und das Problem mit diesen Voraussetzungen ist alles andere was wir hier gemacht haben können sie notfalls im Gesetz nachlesen das hier nicht es gibt keine Chance es irgendwo nachzulesen das müssen sie jetzt blöderweise mal auswendig lernen das erste wenn es schon heißt Schuldverhältnis mit Schutzwirkung für Dritte ist sie brauchen ein Schuldverhältnis Schuldverhältnis kann sein ein Vertrag erinnert sie sich an unseren Vertrag mit dem Zoo oder den Vertrag mit dem Vermieter das sind Verträge es kann aber auch sein ein Schuldverhältnis 311 Absatz 2 wie bei unserem Shoppingfall das macht keinen Unterschied also entweder ein Vertrag oder was vorvertraglich ist das ist einfach die zweite Voraussetzung nennt sich Leistungsnähe die heißt Leistungsnähe um sie zu verwirren denn es geht gar nicht um Leistung sondern es geht darum dass sie genauso wie der Gläubiger in die Gefahr geraten können können das heißt sie sind genauso gefährdet wie der eigentliche Vertragspartner bei unserem Shoppingfall sind sie deshalb genauso gefährdet wie der Vertragspartner weil sie genauso im Laden sind sie laufen genauso rum ob sie in die Pfütze treten oder der eigentliche Käufer ist eine reine Zufallsangelegenheit weder reintritt hängt vom Zufall ab Leistungsnähe deutet sowas an wie es muss schon eine Leistungspflicht bestehen das ist nicht die Voraussetzung es geht eher darum sind sie genauso gefährdet wie der Gläubiger oder sind sie weniger gefährdet wenn sie weniger Risiko haben sind sie nicht geschützt dann kommt die Gläubigernähe das ist jetzt ganz schwierig Gläubigernähe meint sowas wie nicht jeder Mensch der in ihre Wohnung kommt wird geschützt recht anschaulich der Einbrecher der bei ihnen einbricht um Sachen zu klauen und die Treppe runter fällt weil das Licht kaputt ist der kriegt keinen Schadensersatz weil der darf ja gar nicht da sein aber auch nicht jeder der sich besuchen kommt kriegt Geld wenn zum Beispiel die Zeugen Jehovas kommen und ihnen eine religiöse Aufklärung liefern wollen und die fallen die Treppe runter kriegen die auch nichts auch der Zeitungsbote kriegt nichts sondern man verlangt dass zwischen dem Vertragsgläubiger und demjenigen der Schadensersatz kriegen soll eine gewisse Beziehung besteht früher hat man gesagt es muss eine Wohl und Wehe Beziehung sein was meint das nach dem Motto wenn es dem gut geht geht es ihnen gut und wenn es dem schlecht geht geht es ihnen schlecht also Wohl im Sinne von wenn es dem gut geht es ihnen gut und wehe wenn es dem schlecht geht es ihnen schlecht das trifft zu auf Kinder typischer Weise man würde nach der Werbung sagen ist die Katze gesund freut sich der Mensch aber hier ist das Kind gesund freut sich der Mensch Wohl und Wehe hatte man aber auch bei Eheleuten untereinander es ist nicht immer nur Schlägerei sondern manchmal lieben die sich auch und wenn der Mann oder die Frau krank ist freut sich jeweils andere Ehepartner sondern wenn der Mann oder die Frau krank ist hat er jeweils andere Ehepartner Sorgen und deshalb Wohl und Wehe und last but not least sagt man sogar im Arbeitsrecht wenn sie krank sind ist ihr Chef traurig weil ihre Gesundheit liegt ihrem Chef am Herzen und deshalb auch darf Wohl und Wehe Verhältnis das war die Idee alles was ihrem Chef widerfährt widerfährt auch ihnen und alles was ihnen widerfährt widerfährt auch ihrem Chef die teilen sich das Leid im Laufe der Zeit hat sich das aber erweitert und man sagt immer dann wenn sie irgendein berechtigt Interesse daran haben dass auch der Dritte geschützt wird ist er auch mit dabei dazu genügen zum Beispiel diese besten Freundinnen aber nur die allerbesten nicht wenn es irgendwie die ganze Clique ist es muss schon eine enge Verbindung sein die mehr ist als das normale es muss also so sein dass jeder sagt das verstehen wir dass diese Person mit dabei ist dafür muss man Verständnis haben ja das die dritte voraussetzung gläubiger die vierte voraussetzung ist erkennbarkeit erkennbarkeit ist logisch wegen 157 die idee ist wenn der gläubiger gar nicht wissen kann dass da jemand zu er schuldig gar nicht wissen kann dass jemand zu ihm gehört sie mieten eine wohnung und er konnte nie damit rechnen dass ihre freundin schrägstig ihr freund zu ihnen ziehen will dann ist der oder die auch nicht geschützt es muss erkennbar sein dass noch jemand anders dabei sein kann wenn sie das geheim halten haben sie pech gehabt sie müssen also deutlich machen da kommt noch jemand mit sonst haben sie pech und der letzte punkt sie können nur ansprüche aus diesem tollen schuld verhältnis gelten machen wenn sie nicht ohnehin schon einen vertraglichen anspruch haben wenn sie also als arme opfer sind und hätten ohnehin schon gegen irgendjemanden schadensansprüche haben sie keinen anspruch aus einem schuldverhältnis mit schuldwirkung für dritte merken sie sich also unbedingt diese fünf voraussetzungen die können sie an einer hand abzählen fünf voraussetzungen wenn sie diese fünf voraussetzungen beherrschen können sie jeden Fall wo das Problem dran kommt lösen und sie werden überrascht das kommt extrem oft dran und das blöde ist das müssen sie auswendig kennen das einzige im ganzen Semester was man auswendig lernen muss so um ihnen das zu illustrieren habe ich diesen tollen Fall für sie herausgesucht die Mutter geht in den Supermarkt um einzukaufen dabei wird sie von ihrer achtjährigen Tochter begleitet in der Gemüseabteilung rutscht die Tee auf einem Salatblatt aus das der Angestellte A des S unter Missachtung der im verkehr erforderlichen Sorgfalt über mehrere Stunden nicht beseitigt hat bei dem Sturz wird Tee erheblich verletzt und muss im Krankenhaus behandelt werden klingt dramatisch ist dramatisch was könnte die Anspruchsgrundlage sein für einen Anspruch der T gegen S Tochter gegen Supermarkt ja ja 280 Absatz 1 BGB was setzt 280 Absatz 1 BGB voraus ja ja wir brauchen ein Schuldverhältnis haben wir hier ein Schuldverhältnis zwischen dem Supermarkt und der Tochter auch wenn es hier bald keiner im Raum ist da ständig Leute raus gehen ja ja wir könnten an eine Vertragsanbahnung nach 311 Absatz 2 Nummer BGB denken wurde hier ein Vertrag zwischen dem Supermarkt und der 8-jährigen Tochter angebahnt ja in der Tat es ist sehr unwahrscheinlich dass eine 8-jährige im Supermarkt selber irgendwas kauft denn wenn sie nur ihre Mutter begleitet wird im Zweifel keine Verträge abschließen also haben wir keine Vertragsanbahnung zwischen der Minderjährigen und dem Supermarkt was prüfen wir dann deshalb machen wir diesen Fall jetzt hier ja ja wir prüfen ein Schuldverhältnis mit Schutzwirkung für Dritte im Sinne von 311 Absatz 3 Satz 1 was brauchen wir für ein Schuldverhältnis mit Schutzwirkung für Dritte Wir brauchen in der Tat zunächst ein Schuldverhältnis an das wir den Dritten anhängen können ein solches Schuldverhältnis könnte zwischen der Mutter M und dem Supermarkt S bestehen die Mutter wollte was kaufen also befand sie sich im Bereich der Vertragsanbahn das heißt zwischen der Mutter und dem Supermarkt besteht ein Schuldverhältnis im Sinne von 311 Absatz 2 Nummer 2 BGB das heißt die erste Voraussetzung Schuldverhältnis haben wir was brauchen wir noch ich habe gesagt fünf Voraussetzungen wenn wir in dem Tempo weitermachen sind wir heute Abend fertig ja auch eine gewisse Leistungsnähe das heißt der dritte muss genauso gefährdet sein wie der eigentlich Praxepartner die Mutter hätte genauso wieder von Salat ausrutschen können wie die Tochter man mag beide da oben ist die Tochter ausgerutscht also die Leistungsnähe vor ja wir brauchen Leistungsnähe das heißt die Mutter muss genauso gefährdet gewesen sein wie die Tochter hier hing es vom Zufall ab ob die Mutter die Tochter ausrutscht das heißt Leistungsnähe liegt vor damit haben wir die zweite Voraussetzung in der Tat wir brauchen auch eine Gläubigernähe das heißt die Tochter muss in irgendeiner näheren Beziehung zur Mutter stehen und es gibt keine engere Beziehung als die Beziehung zwischen Mutter und Tochter das heißt die Gläubigernähe liegt hier vor was brauchen wir noch jetzt haben wir schon drei von fünf ja es muss für den Supermarkt Betreiber erkennbar sein dass die Tochter von der Mutter mit geschützt werden soll es ist allgemein üblich dass Mütter ihre Töchter mit zum einkaufen nehmen und deshalb war es für den Supermarkt Betreiber erkennbar dass auch die Tochter geschützt werden soll und was brauchen wir als letzte Voraussetzung Ja die Tochter müsste vertragliche Ansprüche schließen schließen die Schutzbedürftigkeit aus einen solchen hat sie nicht also was ist unsere Rechtsfolge ist das so was haben wir gerade geprüft nur welches Merkmal haben wir denn gerade bejaht Wir haben nur ein Merkmal geprüft bisher von dem 280 Anspruch Ja 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 Wir haben ein Schuldverhältnis im Sinne von 280 bejaht Was brauchen wir dann noch für 280 außer einem Schuldverhältnis eine Pflichtverletzung Was für eine Pflicht könnte das hier sein Woraus ergibt sich diese Pflicht Es könnte hier eine Rücksichtnahmepflicht 141 verletzt worden sein Er muss auf den Körper als Rechtsgut der T Rücksicht nehmen Hier hat er irgendwelche Salatwetter fallen lassen Das ist nicht die erforderliche Rücksicht Also hat eine Rücksichtnahmepflicht verletzt Was brauchen wir dann noch Wir brauchen einen vertreten müssen Was hat hier unser Supermarkt zu vertreten unser S So ist es Der Supermarktbetreiber hat nach 276 eigenen Vorsatz und eigene Pflichtverletzung vertreten Aber die ist hier nicht verletzt Nach 278 muss er sich aber auch das Verschulden seiner Mitarbeiter zurechnen lassen Der A hat laut Sachverhalt unter Missachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt gehandelt Das heißt er hat nach 276 2 fahrlässig gehandelt Also hat der S die Pflichtverletzung auch zu vertreten Was brauchen wir als letzte Voraussetzung einen Schaden und worin besteht der Schaden hier Was meinen Sie Ja in der Tat die Behandlungskosten im Krankenhaus und ein Schmerzensgeld Das heißt hier wird nach 249 Absatz 2 das Krankenhaus bezahlt und nach 253 Absatz 2 ein Schmerzensgeld Ergebnis also der Anspruch besteht und die T hat einen Anspruch gegen S So damit sind wir mit diesem Thema am Ende und wir sehen uns am Montag wieder